Das Zentrum zum Wohle des Ganzen in der Arthur-Krupp-Straße 7 lädt zu Einzelberatungen und Gruppentrainings ein. Zum Wohle des Körpers und der Seele. Neben psychologischer Beratung, Meditation, Yoga und dem Smoothie-Fit-Training werden auch verschiedenste Massagearten angeboten. Veranstaltungen, Anmeldeformulare und weitere Informationen finden Sie unter www.zumwohledesganzen.at Untertitelung des ZDF für funk, 2017